Das hier müsste das Dach sein. Von hier aus hat man freie Sicht auf den Wakefield Tower. Gute Observierungsbedingungen. Niemand kommt an uns vorbei, wenn... Nate Ford. Lissabon. Ich denke eher Florenz. Kennst du den K? Mr. Ford und ich bewegten uns einst in denselben Kreisen. Es war Mallorca. Richtig. Weiße Tauben. Elliot, darf ich bekannt machen? Archie Leach. Der weltgrößter Dieb. Keine Bewegung. Keine Bewegung. Lassen Sie das. Eine Arbeit. Nein. Hast du geschlafen? Hier oben ist es sehr friedlich. Und kopfüber schlafe ich sowieso besser. Halt, halt, halt. Nein, nein, nein. Mach das nicht mal, Mann. Bitte, aufhören. Nimm das Messer. Komm jetzt. Los. Halt, halt, halt. Hey, Tuberunja. Hallo? Da ist eine Kakerlake in meinem Schischling. Ich glaube, ich hasse sie. Damit kann ich leben. Ich bin beep. Ich mache die Kabe.